So, dann kommt meine Kamerasistentin, ich bin Michel, heute haben wir Angelfur vorbereitet und heute gehen wir da fischen. Nämlich, heute fünften Uhr, wir gehen jetzt den Drachen fischen. Schauen wir auf die Spulen kurz da, aufmachen und lasst geht's. Wir haben eine Schnur vorbereitet von 140 Metern, wir schauen, dass wir heute 140 Meter aufgekommen. Können wir schon vorziehen, Drache. Ja, wer zieht, da, da, wer zieht, ein riesen Drache, wir haben einen riesen Drachen erwischt. Jetzt sind wir schon circa auf 25 Metern und ab geht's. Schnur, juhu, er zieht, er zieht, hoch, hoch. Ja, ja, ich hab den Drachen, ich hab den, ich hab den, ich hab den. Und nachher werden wir hier ja jetzt nochёл. Nun geht's nur noch mal. Wie weit ist er jetzt da oben? Stürzt du auf, stürzt du auf! Triffst du mir um die Rennahna? Er stürzt ab! Oh mein, oh mein, oh mein! Hörst du auf der Kamera, hörst du auf der Kamera! Hör mir nicht, dass ich da nicht mehr da bin. Hörst du fährt, hörst du? Ja. Hörst du fährt, hörst du? Ja. Hörst du fährt, hörst du? Flieg mit hin! So, jetzt wollen wir rein und so ein Traken. Scheiße, komm, komm, komm! Gehau mal, gehau mal! Hör mir nicht, das ist ein garstiger Trakenwolle. Bist du da? Schau mir her zurück, schau mir her zurück, der Schwein! Ich glaube, ich muss es nicht mehr aufziehen. Weiß ich nicht. Ich muss es so halten! Schau! 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 Ein besserer Viehschwert hat den du aus dem Vieh schon ziehen. Dann hättest du einen Rekord gekauft. Anzeige scrollen sie. Sonst haben wir ab und sich verschwissen. Oh nein, oh nein, ich muss mehr rein. Ich komm, ich komm! Ich komm, ich komm! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm! Ich bin ein Niederstreik. Ich habe es zuppert. Es ist so fangst man mit einem Arm. Das war's für heute.